Übermorgen steht bereits das Derby gegen den 1. FC Union Berlin an und bis dahin gibt es natürlich wie bereits schon erwähnt einige Hertha BSC News zu besprechen und auch heute gibt es mal wieder neue Transfer News rund um Hertha BSC und heute werde ich auch mal ein bisschen über das Derby und vielleicht auch mal eine mögliche Statusstellung sprechen und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News hier auf diesem Kanal. Ich würde sagen wir verlieren keine Zeit und sprechen als erstes über Jürgen Eklenkamp. Jürgen Eklenkamp ist ein Spieler wo sich das bereits schon so vor zwei drei Tagen angedeutet hat dass er diesen Verein verlassen wird. Eklenkamp steht jetzt unmittelbar vor einem Wechsel und auch das wurde von Fredi Bobic heute auf der Pressekonferenz fast schon bestätigt. Jürgen Eklenkamp wechselt zu einem belgischen Verein und es gibt verschiedene belgische Vereine die an ihm Interesse haben unter anderem natürlich Royal Antwerpen die ich bereits schon vor zwei Tagen erwähnt hatte und natürlich auch schon der FC Brügge. Ja der FC Brügge hatte zuletzt einen Spieler verkauft und zwar dekaduläre für knapp 20 Millionen Euro und jetzt suchen sie einen neuen Zehner der genau in diese Rolle reinpasst und dort konnte er auch natürlich perfekt hinwechseln. Heute Morgen sind dann die ersten niederländischen Medien aufgesprungen und haben gesagt dass der Transfer zu Royal Antwerpen fix sei und damit wird Jürgen Eklenkamp in diesem Transfersommer den Verein verlassen und ganz ehrlich ich finde das jetzt nach einer nüchteren Betrachtung auch natürlich nach Betrachtung der Faktelage tatsächlich gar nicht mal so ein schlechter Deal. Denn die Ablösung bei diesem Transfer ist mehr als wir bezahlt haben. Wir haben in der Saison 2021, 2022 für ihn 3 Millionen Euro bezahlt und man muss ganz ehrlich sagen diese 3 Millionen Euro konnte er nur ganz selten wieder gespiegeln. Er hat bei uns bei Hertha BSC 21 Einsätze gesammelt und ein Großteil dieser 21 Einsätze waren leider auch nur Kurzeinsätze. Weil er eben sich nicht weder bei Typhon Korgut, weder bei Pahe Dardai noch bei Felix Magath und jetzt auch nicht bei Sandro Schwarz durchsetzen konnte. Er ist einer der in der vergangenen Saison eigentlich einer der Verlierer war. Er konnte sich nicht in unser System rein spielen. Er hat dort weder eine Position gefunden noch hat er dauerhaft und konstant Leistung gezeigt und er ist oftmals als er gespielt hat auch einfach untergetaucht. Unleugbar muss man aber festhalten, Eklenkamp hat besondere Fähigkeiten. Seine Technik, seine Übersicht ist einzigartig und hier haben wir auf jeden Fall einen massiven Verlust zu kennzeichnen. Aber wenn das stimmt, was die niederländischen Medien berichten, dass Royal in Antwerpen bereit ist, 5 Millionen Euro für den jungen Eklenkamp zu bezahlen, dann ist das, wie ich finde, doch eigentlich eine recht gute Alternative, die wir auch in Betracht ziehen müssen. Denn scheinbar glaubt man in Berlin nicht mehr daran, dass Eklenkamp von den Leistungen explodieren kann. Denn vor allem sollte man nochmal in den Abschiedskampf geraten. So wird Eklenkamp natürlich wieder nicht jedes Spiel in der Startaufstellung spielen und auch jetzt hat das bereits sehr schwer hier Einsätze zu sammeln. Und damit wäre auch ein Wechsel wahrscheinlich für ihn selber der beste Weg zur besten Entwicklung. Man muss eben auch festhalten, er ist sicherlich nicht zufrieden mit der Situation in Berlin und er möchte wahrscheinlich auch von sich hinaus den Verein verlassen. Gestern gab es dann, wie gesagt, nochmal eine Kehrtwende bei Jürgen Eklenkamp und der Berater hat bestätigt, dass es für ihn nach Antwerpen geht anstatt zum FC Brügge. Der Antwerpener Klub, ja, zeigt regelrecht eine gute Entwicklung auf. Sie geben richtig viel Geld momentan aus, haben mit Marc van Bommel wirklich einen intelligenten Trainer, der durchaus auch natürlich Jürgen Eklenkamp überzeugt hat. Und sollten wir dafür eben unsere 4,5 bis 5 Millionen Euro bekommen, dann ist das für uns ein guter Deal. Denn diese 5 Millionen Euro können wir bei unserer momentan finanziellen Klammlage gut reinvestieren. Zum einen berichtet Fußballtransfers, dass dann eben auch Jean-Paul Boetius sofort bereitstehe und man dann auch unmittelbar vor Abschluss von Boetius stehe. Und ich hoffe, dass eben auch das passieren wird, weil die Leistung von Boetius, die er in Mainz gezeigt hat, würde, wie ich finde, auch recht gut zu uns passen. Und auf der Doppelart neben Suat Serdar, so wie man es ja momentan plant, sieht er ja auch recht gut aus und hat dort auch schon teilweise überzeugt. Und ich denke, mit Sano Schwarz zu seinem alten Trainer zurückzukommen, wo er seine beste Zeit hatte, wäre für Jean-Paul Boetius auch einfach so für ihn das Beste. Also können wir daraus eine Phase ziehen, dass es schade ist, dass Jürgen Ecklenkamp wechselt. Ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass er unter Schwarz, gerade unter Sano Schwarz, auf der 8 richtig aufblühen könnte. Leider ist es eben nicht so gewesen und das ist natürlich des Berliner Umfeldes geschuldet. Und natürlich auch eben seiner momentan schwachen Vorbereitung. Er hat sich dort kaum, ja, tatsächlich in die Startelf reingespielt. Und trotzdem muss man eben festhalten, positiv ist es, dass wir mit 4,5 bis 5,5 Millionen Euro doch eine gute Ablösesumme erzielt haben, obwohl er bei uns ja kaum gespielt hat. Und jetzt muss man eben hoffen, dass so schnell wie möglich Boetius fix gemacht wird und wir dementsprechend dort einen neuen Achter bzw. einen 10er haben, der genau diese halbwegs offensive Achterposition gut und natürlich auch sicher bespielen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass er neben Suat Serdar langfristig eine gute Mittelfeldkombination bei uns aufbauen wird. Aber wie steht ihr denn zum Transfer? Findet ihr es gut, dass Jürgen Ecklenkamp wechselt? Findet ihr es schlecht, dass uns so ein gutes Händen verlasst? Wie gesagt, ich bin da gespalten der Meinung. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und an dieser Stelle noch einmal der Hinweis an euch. Abonniere ganz gerne diesen Kanal und wir machen in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und sollte euch dieses Video hier heute gefallen, lasst gerne ein Like da. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir schon auf die zwei Thematiken ein, die ich unbedingt noch ansprechen möchte. Und zwar hat sich Sano Schwarz geäußert. Heute war die Pressekonferenz und auf dieser Pressekonferenz hat Sano Schwarz vor allem über einige Spieler gesprochen. Man hat über Luliuke Bakio gesprochen. Und Luliuke Bakio stand ja vor zwei, drei Tagen in der Debatte, dass er zu Olympiakus Pereus wechseln könnte. Aber genau das wird momentan eben ausgeschlossen. Freddy Bobic hat sich ganz klar auf der Pressekonferenz geäußert und hat ein Bekenntnis zu Luliuke Bakio natürlich auch geteilt. Luliuke Bakio ist momentan ein Spieler, der ein erfolgloses Jahr hinter sich gehabt hatte. Und er haut sich jetzt komplett rein. Luliuke Bakio ist ein Spieler, der laut Freddy Bobic sich momentan ganz klar zu Hertha BSC bekennt. Und der auch hundertprozentig seinen Kopf bei Hertha BSC hat und hier die nächsten Entwicklungsschritte gehen soll. Und Luliuke Bakio soll in dieser Saison auch natürlich laut Freddy Bobic und Sandro Schwarz ein Schlüsselspieler des Hertha BSC Systemes werden. Und ich denke, wir haben alle das Pokalspiel gesehen und im Pokalspiel hat er überzeugt, hat ein Tor und eine Vorderung gemacht. Und Luliuke Bakio wird an dieser Stelle auch ein Träger des Systems sein. Er ist rechter Außenspieler, kann auch Mittelstürmer und linker Außenspieler spielen. Und wird auch natürlich wieder im Derby in der Startaufstellung stehen. So viel wurde schon verraten und so viel ist natürlich auch vom Vorhinein logisch gewesen. Und man kann nur hoffen, dass Luliuke Bakio diese anfängliche Form, die er jetzt zeigt, dauerhaft zeigen kann. Und auch genau das hat Freddy Bobic auf der Pressekonferenz betont. Die Konstanz in der Leistung von Luliuke Bakio, das ist das Erforderliche. Und ich hoffe, dass wir genau das heute bzw. übermorgen sehen werden. Das ist aber nicht das Einzige, was auf dieser Pressekonferenz bezüglich einziger Spieler natürlich verraten wurde. Sondern es wurde auch über Wilfried Kanga gesprochen. Wilfried Kanga, ich möchte euch den Spieler natürlich auch nochmal gerne vorstellen. Denn Wilfried Kanga ist ein Spieler, der jetzt zu uns gewechselt ist für eine Ablössumme rund von 3 bis 4 Millionen Euro. Es ist ein neuer Stürmer. Er ist 1,89 Meter groß. Und laut Sandrochschwarz soll dieser Stürmer, der jetzt seit knapp Montag im Teamtraining dabei ist, jetzt natürlich auch in den Kader zumindest rücken. Und es könnte möglicherweise sogar sein, dass Kanga in die Startelf rückt. Kanga ist wie gesagt 1,89 Meter groß. Ist ein breit gebauter Stürmer mit einer breit gebauten Statur. Ist ein äußerst robuster und wuchtiger Mittelstürmer, wie wir ihn seit John Cordova lange Zeit gesucht haben. Aufgrund seiner wirklich richtig starken Füßes ist er gut darin, Bälle festzumachen und Flanken zu verwerten. Und genau das brauchen wir. Vor allem, wenn wir auf ein System mit Plattenhard und Kenny setzen, ist Kanga der richtige Stürmer dafür. Kanga kann die Bälle verarbeiten per Kopf, per linken Fuß, per rechten Fuß und ist einfach ein intelligenter Stürmer, den wir lange Zeit gesucht haben. Er hat eine gute Kopfballtechnik, hat nicht so eine schwache Technik wie Davy Selke, hat natürlich auch nicht eine optimale Technik, aber er ist zumindest auch natürlich flexibel, auch einsetzbar. Ihn kann man teilweise auch auf den rechten Flügel einsetzen und trotz seiner Robustheit ist er ein auffällig explosiver Spieler, der natürlich durch seinen Antritt, durch seine Läufe in die Tiefe, die gegnerische Defensive recht flügel zum Wackeln bringt. Und ich glaube, er könnte ein richtig guter Transfer für uns sein. Er ist schlussendlich ein intelligenter Stürmer, der in der Schweiz bereits schon am Anfang dieser Saison überzeugt hat. Er war nämlich Schlüsselspieler jetzt schon zum Anfang der Saison für die Young Boys Bern und dort hat er in zwei Spielen direkt schon mal drei Tore und eine Vorlage erzielt und er scheint mit den Leistungen zu explodieren. Er ist 24 Jahre alt, ist auch natürlich noch in Zukunft variabel einsetzbar und ist jetzt knapp seit ein, zwei Saisons wirklich am Explodieren in der Schweiz. Und bei Young Boys Bern dort hat er sich prächtig entwickelt und möchte diese Entwicklung weiter fortsetzen. Und ich bin wie gesagt sehr gespannt, ob er für uns genau dieser Stürmer sein kann, den wir seit langem gesucht haben. Ein Stürmer, der einfach mal mehr als fünf Tore erzielt. Ein Stürmer, den man lange Zeit dauerhaft in den Strom setzen kann. Und dann könnte er auch ein richtig guter Transfer von Freddy Bobic sein. Abwarten muss man aber auch festhalten, dass wir abwarten müssen, inwiefern Kanga sich an die Bundesliga anpasst. Jetzt mit Sano Schwarz hat er den perfekten Trainer gefunden, der auch direkt weiß, wie man ihn einsetzen hat. Sano Schwarz hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Union Berlin Kanga gelobt, dass er bereits im absoluten Rhythmus ist und dass er bereits schon die Mannschaft kennt. Und vor allem, dass er im Spielrhythmus durch die Vorbereitung bei Young Boys Bern direkt ist und auch hier sofort einsatzbereit ist. Und dass man auch versucht, natürlich am Wochenende, sollte die ursprüngliche Variante nicht klappen, auch Kanga einzusetzen. Das heißt, ich bin sehr gespannt, ob Kanga hier dementsprechend eine gute Position vertreten kann. Ob er hier im Sturm Piontek und Selke den Rang ablaufen kann. Und was bei uns noch im Sturm passiert, denn mit Ngankam, Jovetic, Piontek, Selke, Derich Herndt und Luca Wollschläger ist der Sturm momentan richtig, richtig vor. Und ich bin sehr gespannt, was sich dort noch entwickelt. So, abschließend noch einmal eine ganz kurze News für Hertha BSC. Und zwar gibt es jetzt einen neuen Ärmelsponsor bei Hertha BSC. Lange Zeit, beziehungsweise vor einem Monat wurde bekannt gegeben, dass der Berliner Bär auf dem Ärmel steht. Das wurde jetzt revidiert und man hat einen neuen Ärmelsponsor gefunden. Und zwar handelt es sich dabei um CG Elementum. Das ist übrigens der Hauptsponsor vom KSC. Und er wird uns jetzt hoffentlich, beziehungsweise der Hauptsponsor vom KSC. Und unser neuer Ärmelsponsor wird damit natürlich dementsprechend uns wenigstens ein bisschen Geld einbringen. Ich hoffe, dass wir genau dieses Geld nutzen können, um unsere finanziellen Defizite natürlich auch weiter auszugleichen. So, nur zu eurer Info. So, an dieser Stelle war es das mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga verpasst. Wir sehen uns morgen wieder zu einem weiteren Vorbericht und natürlich auch weiteren Hertha-News. Bis dahin, genießt diesen Tag und tschüss.